Ja, ich freue mich, dass in Niederösterreich vieles in der Ökumene selbstverständlich ist, dass wir also bei Einweihungen und so weiter gemeinsam auftreten. Das hoffe ich, dass es weitergeht und ich hoffe, dass sich vielleicht das Gespräch noch ein bisschen intensiviert bei dem, was wir in der Öffentlichkeit für eine Rolle spielen können. Also, dass wir bei unseren auch gesellschaftlichen Anliegen uns absprechen und uns gegenseitig unterstützen.